heute stand mir den zweiten tag von der maximator je mehr elektrische geräte desto teurer ist die rechnung ab heute bekomme ich jeden tag rechnung und sichert dass die rechnung über seinen computer bezahlt bevor die fälle kann es dann ansonsten werden dies automatisch bezahlt immer mal was hier anrechnung ist das trömer schließen auf rechnungen verwaltung rechnungen haben wir keine ok lizenzen können schießt das hier freikau nicht und kann schon nicht sobald man genug geld haben kauft die erste lizenz frei so was wollen wir noch nudeln oder nudeln mussten die leckere nudeln markt nur einmal zwei mal drei mal kommt zwei mal reich zwei mal nudeln kaufen jetzt muss zweimal machen kopf und auch noch mal kaufend so wenn ich dann das straß 0 kriegt jetzt mehrere plätze und zwei plätze und noch mal klox und zwei mal sowas kosten die klox müssen jetzt bestimmt 6 euro ja wer sagt sie genau 6 euro haben alle preise droht habe ich jetzt noch 3 12 3 8 80 so 4 83 4 84 tier 4 genau ok kann losgehen und dann schwedische mann hallo ihr lieben der laner ist offen kommt hier rein konnte rein das erste ziel ist kassieren sie durch kassieren durchführen 25 22 und schau schon jetzt raus nur noch drei v drüben gesunden werden naher kommen sie rein sie genau kommen sie hier rein ein rein liegen oder sogar sonst wieder so 89 macht es genau 89 zweimal oder 77 77 und 25 85 4 euro 15 zurück ja nimm's blaue haare und schön aussieht die einen hallo so einmal sind 88 dann 8,8 schön 1 2 3 8 plus 6 14 und 6 zurück schön und die grüne mandel hallo zweimal öl 13 60 640 zurück die 85 dankeschön dann zu den kommt und er gibt 12 euro aus genau 12 wenn ich noch kohle abkaufspotenz lizenz hi auf einmal müde sind viel genau auch hier 16 heim ist es das kräftchen du meinst das ist auch von unten in den 13 70 auch 13 70 dankeschön und frauen auf rot glaube ich noch und die dinge gehen weg ob es james bond 12 70 wir sind vor wie sucht das 70 mal zwölf denn hier bitte 32 30 die die kommt auch sein ein paar leute ich muss die lizenz kaufen hier 30 genau Oh, die Nudeln sind weg. Ein Brot, ein Süßstoff, oder Bruderzucker, genau, 9 und 1, Quatsch, 9, 6, so. So, was wir jetzt machen können, ist die neue Dings. Schnell raus, Verwaltung, das kann man kaum die erste Lizenz. So, haben wir gemacht, und. Ah, okay. So, hi. So, genau, Szene. 15,70, 4,30 zurück. Und, 21 und Brot, 13,60, das ist schon. Ich sag, so teuer, die Nudeln sind teuer, du hast den Anzug an, gut was, was, aber die Nudeln sind zu teuer. So. Ich bin gespannt, ob noch einer reinkommt, trotzdem geschlossen ist. Ne, laufen alle weg. Kommt keiner mehr. Oh. Kommt einer, ne, der läuft auch weg. Sieh ins Haus ran, sth. Wie wollt man laufen können? Oh, ich kann, 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 kann der Block umlaufen. Also, das klappt, das ist schon mal gut. Und dann zeig ich jetzt auch nicht, weil ich glaube es. Ja. Hi. Ich denke, wir wollen es in Lade wieder nicht, dass wir jetzt so weit gelaufen sind. Ne, ich hab mich schon jetzt nicht verlaufen. Dann muss ich hier rum nochmal. Ah, ne, da ist er ja. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. Das wäre es jetzt gewesen. So. Ja, ok. Machen wir auf Enter. So, und dann haben wir Erweiterung Kosten. Haben noch 74 Euro. Gut haben. Haben halt an den Tag jetzt mehr Lust gemacht. Da haben wir ja aber die Erweiterung haben. Ist ja nicht so schlimm. Ja, das war der Tag 2. Und ich würde es gleich weiter aufnehmen. Eine Verbesserungsvorstellung muss ich jetzt dann im nächsten Video Zeit machen. Also, morgen schon beim ersten Video unterschreiben. Dann kann ich es schauen. Aber jetzt mache ich eine Vorproduktion von drei Teilen. Amen. Amen. Ja. 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 Ja.